Ich bin ein bisschen spät, aber ich habe keinen noch gar liefern müssen. Wir fahren jetzt eine gescheite Rande, wie jeden Tag. Schauen wir, dass wir irgendwo einen Wirt erwischen. Irgendwann haben wir einen Allwirt erwischt. Auf geht's, Poppas! Sollte es weitergehen? Ein Stückchen halt ist noch aus, aber dann muss ich aufgeben. Ja. Ich weiß nicht. Sollte es weitergehen? Ein Stückchen halt ist noch aus, aber dann muss ich aufgeben. Ja. 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 Fahrer wieder. Na, komm mal los! Was? Ich mache Pause. Das geht nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr. Wir müssen noch einmal länger. Ich habe hier mal gesünder. Hast du noch nichts? Bitte sag einmal. Ja, nein. Hör mal los! Hör mal, schau runter! Bitte! Ihr habt mich erhöht! Ich hab's gehört. Das gibt's ja nicht. Danke. So ein Glück. Mein Gott. Das ist zwar nett, der Typ, aber... Tausche, tausche. Ich weiß. Wir müssen sich wegdrehen. Das ist ja langsig. Das ist ja langsig. Ein wenig warm ist. Nein, auch gerade in Disser. Das wird schon gehen. Ah, ich hab' geholfen. Was? Das geht nicht. Ich weiß was. Ich tu mich weg. Ich mag's auch nicht. Ooooooh! 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 So, jetzt stellen wir's alle miteinander weg. Weil so eine Arschpartiet ist, ich hab's vergessen. Abhängen wir uns. Stopp! Was ist? Wer bist du? Ich bin die gute Fee. Und wer sind die zwei? Ich bin nur ein Lehrling. Ihr. Ihr seid's Lehrlinge. Und? Wir haben für euch einen Wunsch. Ihr habt's einen Wunsch frei. Nein. Wir wollten uns gerade das Leben nehmen. Das braucht's nicht. Wir wünschen uns, dass die Welt wieder in Ordnung kommt. Dass einem mal irgendwas Gutes passiert. Herrgut, bringe Wunder. Liebe gute Fee. Lass irgendwas geschenken. Dass wir wieder leben können. Bitte, bitte, bringe Wunder. Bitte, bitte, bringe Wunder. Bitte, bitte, bitte. Das ist gut, du kannst. Ooooooh! 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 Ein Wahnsinn! Ooooooh! Eeeeehh! Ohhhhhhhh! Oooooooh! Ooooooh! Ooooooh! Oooooh! Halt schnell! A-ah! So. Meinen lieben Freunde von der Gstöckner Stutt-Partie. Diese Inspite ist unsere Antwort auf Ihre Herausforderung! Das war eigentlich ein Gaudi, am Anfang war man mal ein wenig geschaut, aber hat sich ausgesahlt, sag ich euch. Wir dürfen jetzt natürlich auch zwei nominieren, nachdem wir eine Rauffahrerpartie sind, haben wir gesagt, wir tun mal bei den Rauffahrern weiter. Als erstes nominieren wir mal die zweite Raufpartie von Schöna, die Montagspartie. Das sind die Elektrischen. So, und dann haben wir einen anderen Rauffahrerklub, das war der Florian. Ja, da grüßen wir natürlich unsere Freunde aus Unterweißenbach, die haben auch am Montag eine Turn- und Mountainbikepartie. Lieber Hackel-Honrath, du schaust, dass du deinem anderen einen Fudermann bringst, da seid ihr auch dabei. So, dann schauen wir uns kurz zu den Regeln vor dem Spiel. Also ihr habt jetzt eine Woche Zeit, dass ihr ein lustiges Video dreht. Es geht um Pool und um Grill und falls euch der Aufwand zu früh ist, ist es uns auch wurscht, dann schreibt es uns ein 50er-Fassler auf Schöna. Ja, Prost, Partner! Ja, Prost! Wenn dir so viel Guttes wiederfährt, ist das ein Jägermeister wert. Prost, ihr Säcke! P sport musst du schaust! Prost, ihr Sack! Prost, du schat! Er re00! OK! Super Cool!